Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Als Sie kommen jetzt hier, wird auch mal sehr im Schatz Titoszyce. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 2-2 für Hütte auf Toschütze für Segenblüder. Aske Kehringer Hütte auf 3-0 für Toschütze. Am Beginn� der Übung wird die Hütte auf 2-0 für Toschütze. Schnell, komm, schnell. 1 zu 4, Mike Qutari, der Tor-Schütze früher, und wir waren los im Tiefspaar. 5 zu 1, der neue Spielstadt-Besser mit dem Tor. 2 zu 1, der Tor-Schütze gehört aus dem CSV-Vergütze auf 2.5, Fabian Tramp für den Tor-Schütze. 2 zu 1, der 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 Tor-Schütze. 3 zu 1, der Tor-Schütze. 3 zu 1. 1 zu 1 für US-Tremmer. 2 zu 1, der Tor-Schütze. Wittenkreis. Der Torsten zum Dacht. 2 zu 1 sind in Kari diesmal. Armin Cimlak. Kevin Brandes aus 2 zu 2. 1 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. 3 zu 1. 2 zu 1. und der Ballau. 3 zu 3, Torsche und Riesmann mit 10 Riesauf. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! 14.3, 14.0 wird das Hauptflur. Es geht auf die Liga von 20 Kellenplans. Vossel 4-4, da war die Stoßbühle des Malenten. Luz auf Lusch. Das ist ein, was wir tun. Zwiebeln wir klopfen, nein. Zwei, drei, vier, drei... Ja. Wir haben uns wieder ein, der Torstädte für die Wettbewerben. Wir sind nicht kalt. Das ist ein dramatisches Spiel der Ausgabe. 5 zu 5, Sofjan Alaunia-Toschitzel.